Ich fange mal damit an, zu sagen, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. Und das ist meine Seite, die richtige. Ich war früher nicht existent. Ein Nichts. Olive, so heißt du doch, oder? Ja, wir waren neun Jahre in derselben Klasse, seit dem Kindergarten. Willst du mit mir ausgehen? Brandon, du hast gesagt, du bist schwul. Du hast mir gesagt, ich soll so tun, als wäre ich hetero. Aber ich meinte doch nicht mit mir. Ich werde jeden Tag gequält. Tu nur einmal so, als ob mit mir. Und hier fing der ganze Ärger an. Ist das Olive mit Brandon? Oh. Ja! Hör nicht auf! Mach's mir! Ich besorg's dir, es war richtig! Bereit fürs große Finale? Was? Oh, yeah! Ja! Ich dachte immer, so zu tun, als würde ich meine Unschuld verlieren, wäre was ganz Besonderes. Brandon hat mir erzählt, was du für ihn getan hast. Tust du das auch für mich? Vielleicht wurde es für mich einfach zur Gewohnheit, Losern zu helfen. Phil Lord gab mir 100 Dollar, damit er allen erzählen konnte, wir hätten es in der Bibliothek getrieben. 200 von Ryan Dukes für einen Dreier mit seiner Cousine Pam. 20% Rabatt bei Bart und Body? Mehr ist dir unser imaginäres Date nicht wert? Ich hab dich ins Paradies gefakt. Du kriegst einen schlechten Ruf. Eigentlich wollte ich nicht durch eine Lüge Anerkennung finden, aber die Anerkennung gefiel mir. Du siehst ein bisschen aus wie eine Stripperin. Mom! Wie eine Edelstripperin. Für Politiker und Sportler. Wir sollten die Schleur nicht zum Teufel jagen. Die können dich alle mal. Ich weiß genau, was du so treibst. Wenn ich verspreche, es niemandem zu erzählen, darf ich dich dann küssen? Wie man sich wettet, so liegt man. Hoffentlich hast du das Lacken gewechselt. Oh, böse. Ich hatte in deinem Alter ähnliche Probleme. Ich hatte einen schrecklichen Ruf. Wieso? Ich hab mit nem Haufen Leute geschlafen. Hauptsächlich Jungs. Mom!